Ja und jetzt mitten in den Sommerferien hat uns ein Hilferuf erreicht und zwar aus dem Dresdner Tierheim, aus dem städtischen Tierheim in Stetsch. Die haben nämlich gerade eine Meerschweinchen-Schwemme. Der kleine Mann hier, der ist nur stellvertretend für über 40 Meerschweinchen, die hier auf eine eigene Familie warten. Da sind alle Farben dabei, da sind alle Rassen dabei. Der hier ist jetzt glaube ich so ein bisschen wie so ein Rexmeerschweinchen, aber es gibt auch Langhaar, es gibt Rosettenmeerschweinchen, es gibt Jungsmädchen, kleine Meerschweinchen, große Meerschweinchen, junge und alte. Also wenn ihr, wenn sie ein Meerschweinchen suchen, dann schaut hier im Dresdner Tierheim vorbei. Da warten gerade ganz, ganz viele auf ganz liebe Meerschweinchen, liebe Familien.